Thema des heutigen Tages, Pussifizierung der vor allem deutschen und europäischen Männer. Wenn ich nach Russland gehe, schaut es ganz anders aus. Wenn ich auch nach China gehe, sieht es ganz anders aus. Wenn ich persönlich hier in Südamerika bin, sieht es ganz anders aus. Da gibt es nur männliche und weibliche Rollen. Das gibt es jetzt so gut wie nicht mehr und das hat negative Konsequenzen für uns alle. Für unsere Frauen, für unsere Männer, für unser Geschäft, für unser Business. Wenn du ein eigenes Unternehmen aufbauen möchtest, du bist wirklich motiviert und du möchtest ein super Geschäftsmodell, weißt aber aktuell nicht, was du machen solltest oder was gerade aktuell im Markt super ist, dann haben wir folgendes und zwar, wir haben kommenden Sonntag, also in zwei Tagen, eine Online-Präsentation zum Thema Geschäftsmodellaufbau von Null mit unseren Schablonen. Erster Kunde, erste Dienstleistung, erste 10.000 Euro Umsatz bis zu den ersten 100.000 Euro Umsatz, bis zur Firmenbewertung von siebenstellig, dem ersten Investor, bis auch Automation der Firma, bis dann hin, und das ist eben alles wirklich ohne Vorkenntnisse, bis dann hin zu dem Thema, dass du lernst, wie man Firmenanteile bekommt, ohne selber Geld einzusetzen, sondern gegen Dienstleistung, also Work bzw. Consulting for Equity, dann diese Firmen skalieren und dann wie im M&A-Geschäft über ein Holding-Konstrukt Firmenanteile verkaufen, ohne Steuern zu zahlen bzw. nur mit 1,5% Steuer. Also schaut euch das wirklich an, das ist der allererste Link in der Beschreibung und wenn ihr das jetzt verpasst, diesen Sonntag um 21 Uhr, dann klickt da trotzdem drauf, nämlich dann könnt ihr euch im Nachhinein eine Wiederholung anschauen zu dieser Geschäftspräsentation, zu diesem Online-Seminar und dann könnt ihr mit unserem Team sprechen und wir haben schon über 100 Partner, die zwischen 10, 20, 50, 100.000 Euro Monatsumsatz aufwärts machen und dann könnt vielleicht ihr einer unserer neuer Partner sein und das werden wir dann am Telefon besprechen.